Was geht ab ihr geilen glubschgetiere und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen weiteren im Titanfall 2 Open Tech Test. Wir sind hier wieder unterwegs auf Boomtown heißt die Map. Diesmal mit einer neuen Waffe, die habe ich jetzt freigeschaltet. Eine Shotgun, Mastiff heißt sie glaube ich. Okay, ja okay, den Kill hat sie mir schon mal besorgt, den hätte ich aber auch mit anderen Waffen geholt. Die sieht aber auch aus, als hätte sie ein bisschen Reichweite, wahr? Oh shit. Also die, was mir jetzt so vorkommt, so ein bisschen wie die Energie Shotgun in Black Ops 3. Die hat ja auch so eine gewisse Reichweite. Hm. Da muss man mal gucken, wie die sich noch weitergibt. Auf jeden Fall hat sie nur vier Schuss drin im Magazin. Das ist ein bisschen wenig, aber man kann ja auch erweiterte Magazine nachher raufnehmen. Von daher wird das dann schon gehen, denke ich. Ach komm, dein Ernst? Du kämpfst da? Junge, du spielst Titanfall und du kämpfst da in der Ecke. Ist das dein Ernst? Na. Also auf der Distanz sollte sie eigentlich schon One-Hit sein. Ich weiß nicht. Habe ich ihn ganz erwischt? Und wenn nicht, oder wenn ja, wie viel Damage macht die denn? Ah, okay. Ja, also, äh, die ist so, wie ich vermutet hatte, wie die, äh, Shotgun in Black Ops 3. Man muss ein bisschen vor-aim dann natürlich, weil, äh, man sieht das, die Kugeln sind ein bisschen unterwegs. Äh, ja, da muss man rein... Oh, hier habe ich mich gerade erschrocken. Da muss man erst mal ein bisschen reinkommen, aber ich denke, wenn man drin ist... Ah, da siehst du es. Ich schieße jetzt mal. Und jetzt sind die da hinten an der Hauswahl angekommen. Also, die brauchen ein bisschen, bis sie ankommen. Aber dafür macht sie halt echt gut Schaden. Das muss man ja lassen. Ach ja, ich habe ja eine Piste mitgenommen. Ich habe gar nicht mal einen Granatwerfer für den Zeiten mit. Äh, ja, dann springen wir da einfach mal rauf. Und nehmen den hier mal mit. Danke für die Batterie. Guck mal hier. Titan. Da, Granate. Oh. Lasst mich in mein Titan rein. Hallo, ihr Wichser. Ah. Den einen habe ich. Armer Rückzug. Ja, der macht auch einen Abgang. Er steht da oben einfach nur. Alles klar. Einfacher kann man es mir nicht machen. So, da wir hier jetzt im Titan sitzen, kann ich euch ein bisschen die Neuerungen vom Titan erzählen. Ähm, vom Scorch kann ich da ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Weil ich mit dem zu wenig gespielt habe. Weil ich, äh, den Eien einfach lieber mag. Obwohl er eigentlich nicht so mein Spielstil ist. Ich mag es eigentlich, wenn ich viel aushalten kann und gut verteile. Das ist eigentlich so der Scorch. Aber, ähm, naja. Der sagt mir irgendwie nicht zu zu. Hier mag ich es lieber ein bisschen mobiler in Titanfall. Ah, verdammt. Scheiße, ich muss raus. Ja, also die Neuerungen beim Iron Titan auf jeden Fall. Man kann ja so boosten. Also so um die Ecke boosten oder sowas. So einen Sprung machen. Äh, im Spiel selbst heißt es Dash. Und... Moment mal, hier wurde gerade gesniped, oder? Habe ich ihn nicht gerade... So nicht, du Wichser. Ähm, ja, der Dash, der ist jetzt häufiger einsatzbereit. Also vorher war er echt, mh, sehr selten. Also er hat lange gebraucht, bis er, äh, den Cooldown überwunden hatte. Das geht jetzt deutlich schneller. Was ich richtig gut finde, denn, äh, das ist ja quasi das Markenzeichen von dem. Und, ähm... Jawohl. Und das muss er dann natürlich irgendwie auch zum Vorteil nutzen können. Und wenn das zu selten ist, dann, äh, bringt das nicht viel. Weil damit kann man echt schon ganz gut ausweichen. Also wenn zum Beispiel der Scorch seine, ähm, Ulti reinmacht, kannst du noch ausweichen. Oder wenn er mit seiner R1 diese Flammlinie macht, die kleine, äh, da kannst du auch gut raus. Oder auch aus der Dreieck, aus diesem entflammbaren Bereich, den er da macht. Also auf jeden Fall, ähm, finde ich gut. Denn das hilft doch in der einen oder anderen Situation und das hat der Titan auch nötig, weil er, äh, wenig aushält. Deswegen braucht er das und ich brauche jetzt ein bisschen, äh, Abstand hier. Huh. Ja, bei, bei den, äh, Titans hat sich auch... Alter! Jawohl! Oh! 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 Heiß! Granate! alter was darf was meine granate ich weiß nicht ob das was bringt alter bekommen die drei titans ich werde nicht mehr nämlich erst mal um die feindlichen kümmern so tada ich bin außerhalb des battles ja jetzt oder kriegt gut der mensch jetzt von meinem doom wohl da konnte seine ulti nicht mehr zünden so also gerade habe ich gedasht und das lädt sich jetzt deutlich schneller auf als in der ersten beta phase im ersten tag test was ich echt gut finde ich habe auch das gefühl dass sie verändert haben wie viel damage ein pilot gegenüber einen titan macht und ich persönlich finde dass das so einfach ist also als pilot habe ich vorhin zwei titans die fast full life waren komplett alleine auseinandergenommen ich finde das sollte nicht passieren natürlich muss man da eine gewisse balance finden das ist schwierig das kann ich natürlich verstehen dass man da die titans nicht zu overpower dass wenn du als pilot ein titan begegnet dass du direkt den löffel abgibst dass du überhaupt keine chance mehr hast so sollte es natürlich nicht sein aber sie sollten schon eine gewisse übermacht haben finde ich denn darum geht es ja eigentlich in dem spiel um diese titans und da soll es sich natürlich auch ordentlich lohnen dann die zu haben ja wie gesagt ich kann natürlich verstehen ist schwierig hinzukriegen dann ja auf jeden fall was sie geändert haben habe ich so im gefühl ist dass ein pilot wenn er auf dich auf springt auf der titan sieht er ja beim ersten mal eine batterie raus und danach zieht wirft halt jeweils eine granate in den slot rein wo eigentlich die batterie reingehört und das hat echt gut damage gemacht damals also damals in der ersten beta phase im ersten tag test und ich habe so im gefühl dass sie das jetzt geändert haben dass man jetzt weniger damage dadurch kriegt was eigentlich ganz gut ist muss ich sagen auch da muss man natürlich gucken wie man das macht denn man kann ja quasi als pilot endlos auf den gegnerischen titan rauf springen also du kommst rauf wirfst deine batterie wirfst deine batterie habe ich das gerade gesagt ziehst die batterie raus und danach kannst du halt quasi noch mal auf springen weil du ja eh nach hinten geschleudert wärst das heißt du hast schon diesen vorteil da du wieder von hinten auf den gegnerischen titan rauf kommst und er dich halt nur mit dieser linken pfeiltaste abwehren kann und die fähigkeit hat man halt echt selten ich weiß nicht wie lange das dauert bis man die hat oder wie man die überhaupt kriegt und wenn die nur einmal pro titan hat ich weiß das alles gar nicht aus lass mich der gehört mir der gehört mir oder auch nicht ist okay dann halt nicht was machst du geh mir aus dem weg du fette arsch nein und ein stärker schade da muss man echt noch gucken der spelling sind zwischen titan und pilot ja wie gesagt die titans dürfen natürlich nicht zu übermächtig sein dass man als pilot keine chance hat aber ja man sollte den pilots aber auch nicht eine zu große chance geben diesen titan dann im weg zu stehen wenn ich echt wenn ich eine idee hätte wie man das lösen könnte dann würde ich die raushauen aber ich habe selbst keine und ja von daher kann ich echt verstehen dass das schwierig ist als entwickler da dann so moment da ist die mestre die shotgun ich denke mal damit werde ich gleich noch mal spielen und dann nehme ich hier mal wieder mein mag launcher mit ist dass man vielleicht seltener auf den gegnerischen titan rauf springen kann also dass du da echt nicht so rauf runter rauf runter rauf runter sondern dass du irgendwie wenn dir die batterie raus gezogen wurde für fünf sekunden auf den titan schutzschild hast wo keiner ran kann dann als titan als pilot wo du dann quasi abgeblockt wärst wenn du da wieder versucht drauf zu springen weil das sonst echt ganz schön übel sein kann und ganz schön nervig vor allem wenn du gerade eh im kampf zwei titans die gerade auf dich einbäschern die ich dann noch hier immer wieder mit einem komischen pfeile zu beschäftigen der gerade geil ist und ich bespringen will das ist nicht so leicht und das ist dann auch ärgerlich wenn man so wegen so ein scheiß der hat mich in der luft zertrampelt alter ernsthaft wenn man wegen so ein scheiß dann sein titan verliert denn man kriegt da doch ganz schön schnell der mit schreien als teilen was ein bisschen ärgerlich ist und auch echt nervig manchmal wie gesagt ich wusste da nicht wirklich eine idee aussah dass man da wirklich entweder den damage verringert oder seltener rauf springen kann oder vielleicht sogar beides das muss man einfach mal ausprobieren ich denke auch die die entwickler selbst werden da mal gucken feedback wird es ja denke ich echt genüge geben von den zwei tag test was ich auch sagen muss dass das echt ein kluger schachzug war zwei tag test zu machen einmal ein um erstmal überhaupt zu gucken wie ist es und danach was können wir verbessern also schon da auf das erste feedback eingehen und ja halt gucken und was können wir da verbessern wie soll man das machen und wenn man das so macht wie kommt das dann an steigen wir hier nochmal ein nein und das schnippel ich daneben titan kill jetzt wollen die mich hier aber haben ja boah der hat gesessen in your face alter titan finisher ja oh ähm kein titan finisher oh nice er hat mir eine battery rauf gesibbelt das ist nice ey so nicht mein freund geht ich hatte auch vorhin einmal das problem da habe ich so gespielt ähm was daran lag weil die runde schon lief ähm ich komme häufig in rund rein die schon laufen was ein bisschen ärgerlich ist für die aufnahme dann und ähm da wollte äh einer auf mich rauf springen oder keine ahnung was er versucht hat er ist halt vor mir rumgelaufen gegner und ich habe ihn einfach nicht platt äh schlagen können normalerweise hat er dann da ja echt einen riesigen äh radius wo man den gegner dann erwischt hat aber in dem fall musste ich echt äh ziemlich genau treffen aua kann auch sein dass ich da einfach zu blöd war oder die das echt geändert haben so den haben wir den haben wir den haben wir ja wohl triple kill würde ich mal sagen und ja dann denke ich habe ich jetzt alles gesagt was ich sagen wollte eigentlich auch äh so weit alles abgeklappert wir haben jetzt ja sogar in die neue runde reingelabert hier dann werde ich hier jetzt mal ein kleines folgenpäuschen einlegen kurz meinen titan aufladen mumpf jawohl da hinten ist auch noch eine batterie dann kann ich gleich nämlich wieder ordentlich loslegen wo liegt die batterie denn äh 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 da so nicht mein Freund ja ich verabschiede mich hier ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann würde ich mich sehr über einen like freuen und äh natürlich auch gutes Feedback in den Kommentaren ist immer wieder schön zu hören beziehungsweise zu lesen man hört es ja nicht und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video und ihr klubst hoffentlich auch wieder vorbei tschüss 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 We're winning! We're definitely winning! Lasercore standing by. Firing lasercore. Critical damage. Advise vortex shield. Warning. Reactor is vulnerable. Severe damage incurred. Eject immediately. Enemy tighten down. Eject healing자. Ejectеч